T-minus one minute mark and counting. Festhalten und Vollschub. Wir reisen gemeinsam durchs All. Wie weit wir mit unseren heutigen Raumschiffen kommen, das kläre ich mit Günter Kagel von der Akademie der Wissenschaften. Der Physiker führt uns in die Feinheiten der Raumfahrt ein. Außerdem, wann wir den Mond besiedeln werden, was uns an einem Marsflug noch hindert und was wir brauchen, damit eine Reise durch unser Sonnensystem nicht länger dauert als ein Strandurlaub. Unsere Base auch für diese Reise durchs All, die Kufner Sternwarte hoch über Wien. Danke an die Volkshochschule. Wir sind also ready. Here we go. Argenemann reist durchs All. Der Astro-Podcast des ORF. Wir sind da heute mal im Vortragssaal, weil da ist es ruhiger, draußen ist Baustelle. Und hier kommen ja immer viele Fragen, wie der Mensch, wie die Menschheit ins All reist, wie sie dorthin reisen kann. Das ist auch heute unser Thema. Die erste Frage ist an Sie, wie weit werden wir kommen? Werden wir unser Sonnensystem jemals verlassen? Jetzt sind ja die Stationen Mond, Mars und so weiter. Wird es da weitergehen? Also im Inneren des Sonnensystems, glaube ich, ist es nur unser Wille, der uns zurückhält. Ein bisschen Technologie natürlich auch, aber im Prinzip können wir überall hin, wo wir hinwollen. Außerhalb des Sonnensystems, da glaube ich, müssen wir noch sehr viel Technologie entwickeln. Da gibt es ja theoretische Ansätze, aber bis sowas vielleicht wirklich umsetzbar ist oder ob überhaupt, das wird man sehen. Was ja regelmäßig passiert, sind Flüge in den Erdorbit. Also das ist ja nichts Neues, nichts Besonderes vielleicht mehr, oder? Also Flüge in den Erdorbit kann man inzwischen, glaube ich, mit Busreisen vergleichen. Es ist gewissermaßen in den letzten 20, 30 Jahren zur Routine geworden. Und da sieht man ja, das ist eigentlich kein Aufhebens mehr. Und inzwischen gibt es ja mehrere Player, die hier auch in der Lage sind, Astronauten in Orbit zu bringen. Aber das ist immer noch der niedrige Erdorbit. Also da sprechen wir von wie vielen Kilometern bei der ISS, bei der Internationalen Raumstation? Ja, typischweise 450 Kilometer. Okay, und das heißt, das ist der Außenposten im All, der eigentlich ständig besetzt ist, oder? Der ist derzeit ständig besetzt. Das ist eine sehr politische Entscheidung. Und das wird spannend werden, was sich da weiterentwickelt. Die NASA und auch teilweise die Europäer favorisieren ja auch das Lunar Gateway eigentlich anstelle der ISS. Also das ist eine Mondstation im Mondorbit? Wohingegen China ja derzeit eigenständig eine eigene Raumstation aufbaut. Russland wird man sehen. Ich glaube, die werden sich aus der ganzen Technologie verabschieden, weil die Raumfahrtsituation in Russland ist eigentlich am Zusammenbrechen. Politische und Altersgründe auch von den Leuten. Die ganzen Fachleute sind weg. Aha, okay. Das heißt, da werden wir nicht so viele Sprünge sehen. Würde ich jetzt nicht für die nächsten Jahrzehnte erwarten. Da wird es eher runtergehen. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt China sehr erbicht darauf zu zeigen, dass sie das sehr wohl können. Und technologisch sieht man auch, dass sie das können mittlerweile. Aber das ist im Prinzip für die chinesische Regierung, glaube ich, auch so ein Prestigeprojekt, wie das in den 60er Jahren für die USA und die Sowjetunion war. Das heißt, wir haben jetzt dann eigentlich gleichzeitig zwei Raumstationen im Erdorbit, oder? Wenn man so will, ja. Die ISS ist natürlich die internationale Raumstation. Die ist derzeit deutlich noch größer. Aber die ist auch am Ende ihrer Lebenszeit eigentlich. Offiziell wäre sie 2025 fertig gewesen. Aber da ist man auch am Verhandeln. Solange sie funktioniert, wird man sie wahrscheinlich auch weiter betreiben. Okay. Und die Chinesen haben gleichzeitig jetzt eine Raumstation gemacht? Die haben jetzt in den letzten paar Jahren eine Raumstation in Betrieb genommen. Sie halten sich noch sehr zurück mit Daten, was dort passiert und wie das betrieben wird. Aber das ist auch klassisch, möchte man fast sagen. Aber natürlich, das wird sich zu einer vollständig dauerhaft besetzten Raumstation weiterentwickeln. Da bin ich mir ziemlich sicher. Warum braucht man das? Also das ist ja von vielen die erste Frage. Da geht ja viel Geld hinein. Warum braucht man eine Raumstation im Erdorbit? Das ist eine gute Frage. Es wurde eben argumentiert, dass es Technologieentwicklung, Medizinbereich und auch um die Präsenz von Menschen im Weltraum geht. Bis zu einem gewissen Grad natürlich. Ja, also man kann sehr viele Experimente nur auf der Raumstation machen, in Mikrogravitation, vor allem über längere Zeiten. Auf der Erde kann man nur mit Parabelflügen oder mit Falltürmen kurzzeitig für maximal ein paar Sekunden Schwerelosigkeit erzeugen. Und selbst das ist nicht ganz fehlerfrei. Auf der Raumstation ist das praktisch beliebig lange möglich. Und da gibt es immer wieder Ansätze für neue Technologien, die man ausprobiert, ob das unter Mikrogravitation fällt. Also wie sich das verhält, Materialwissenschaften zum Beispiel auch, wie sie schmelzend Legierungen verhalten. Da geht es rein in die Produktion von Mikrochips mit vielleicht moderneren Baustoffen. Der Medizinbereich ist natürlich sehr interessant auch, weil sehr viele Technologien, die heutzutage auch durchaus zum Beispiel in Altersheimen oder Langzeitaufenthalte im Krankenhaus angewendet werden, sind Sachen, die eigentlich jetzt für die Raumfahrt abgeleitet wurden, entwickelt wurden, beziehungsweise aus Technologien dort dann für terrestrische Anwendungen abgeleitet sind. Was ist das zum Beispiel im Altersheimen oder bei Langzeitaufenthalten? Naja, zum Beispiel wie man jemand, der bettlägerig ist, Langzeit so stabilisiert, dass ein Warme der Kreislauf nicht ganz zusammenbricht, dass eben das Wundliegen ein bisschen hinangehalten wird. Es ist jetzt nicht komplett eins zu eins übernommen aus der Raumfahrt. Aber natürlich, das ist entwickelt worden vom Astronautentraining, auch von Erfahrungen, die man hat eben in Schwerelosigkeit. Also da gibt es durchaus Sachen, die man hier entwickelt hat. Aber es ist manchmal auch, muss man ehrlich sagen, ein bisschen Pressehype, der hier gemacht wurde, um eine Technologie ein bisschen attraktiver darzustellen, als sie dann in Wirklichkeit ist oder wie sie es herausstellt, was sie dann in Wirklichkeit ist. Also nicht alles, was sozusagen getestet wird, oben funktioniert bei uns auch? Ja, aber klar, das ist auch so bei jeder Technologie, die wir hier am Boden entwickeln. Nicht alles ist wirklich irgendwann einmal eine Anwendung. Und man will ja wieder zum Mond nach mehr als 50 Jahren, die letzte Mondlandung mehr als 50 Jahre her, will man wieder zum Mond. Warum eigentlich? Ich meine, Schwerelosigkeit kann man eh im Erdorbit auch testen. Warum braucht man da den Weg zum Mond? Ja, ich glaube, das ist einerseits wieder ein bisschen eine Space Race. Also die USA oder die gesamte Westen inklusive der ESA wollen beweisen, dass sie es immer noch können. Das ist ja sehr lange vernachlässigt worden, gerade so bemannte Raumfahrt über den Erdorbit hinaus. Kinder natürlich als New Player, die wollen unbedingt zeigen, dass sie das auch können. Weil das eben sehr stark demonstriert, eine Nation, die in der Lage ist, ein bemanntes Raumfahrtprogramm aufrechtzuerhalten. Und dann ist wirklich eine Mondlandung oder vielleicht darüber hinaus, das ist doch sehr ambitioniert, das ist technologisch schwierig. Das ist nicht so ein Selbstbordkommando, wie das in den 60er Jahren war. Also da sind wir Gott sei Dank darüber hinaus. Da waren ja die Computer schlechter als ein heutiges Handy oder die da mitgeflogen sind. Also die Rechenleistung ist ein Bruchteil von dem, was ein heutiges Mobiltelefon kann. Auf der anderen Seite ist natürlich sehr viel bodengestützt gerechnet worden und dann Daten wurden an die Raumfahrzeuge übertragen. Und der Bordcomputer musste nur mehr sehr rudimentäre Aufgaben übernehmen. Hat natürlich auch Vorteile. Hat Vorteile, ist aber auch sehr fix an einen guten Funkkontakt gebunden. Also man kann nicht flexibel reagieren, wenn irgendwas schief geht. Kann man nicht am Bord schnellmalig eine neue Berechnung machen. Das ist eben dann nicht ganz so leicht. Da sind wir heutzutage Gott sei Dank ein bisschen drüber hinaus. Aber ja, es ist einerseits eine Demonstration, dass man das kann oder noch immer kann. Wissenschaftlich gesehen ist der Mond eigentlich immer noch eines der interessantesten Objekte in direkter Nachbarschaft. Also da haben wir sprichwörtlich nur an der Oberfläche gekratzt. Und gerade in Bezug, was wir über die Erde lernen können, ist der Mond eben auch sehr interessant, weil der quasi zusammen mit der Erde entstanden ist. Also den Mond besser zu verstehen hilft uns auch über die Entstehung der Erde und so weiter. Und auch den Aufbau der Erde mehr zu lernen. Was ja immer diskutiert wird oder vorgeschoben wird sozusagen, ist, dass wir dann vom Mond aus leichter zum Mars kommen. Deshalb brauchen wir eine Mondstation, eine Station im Orbit des Mondes, damit wir dort dann von dort viel leichter mit weniger Energie vielleicht auch zum Mars kommen. Ist das so richtig? Also das halte ich wieder wirklich für ein, ja nicht gerade Märchen, aber ein Schönreden von Fakten von Leuten, die das unbedingt pushen wollen. Also ich habe mir das jetzt spaßhalber ausgerechnet gestern Abend noch. Wenn man über den Umweg vom Mond zum Mars fliegen will, ist das ungefähr 13 Prozent mehr Energieaufwand. Und ich sehe da nicht den Vorteil, warum man das nicht im Erdorbit zusammenbauen kann und von der Erde wegfliegt. Weil das ist eigentlich energiemäßig, ob jetzt vom Mond oder von der Erde wegfliegt, ist Richtung Mars praktisch bedeutungslos der Unterschied. Das ist jetzt gesehen in den Maßstäben vom Sonnensystem, ist der Mond praktisch an der identen Stelle wie der Erde. Also da sehe ich keinen Vorteil, dass man jetzt vom Mond wegfliegt. Und im Mondorbit oder auf der Mondoberfläche einen Fabrikstandort aufbauen, das ist wahrscheinlich auch noch sehr ambitioniert. Das wird wahrscheinlich 100 Jahre oder mehr dauern. Wenn wir hier von Schwerindustrie im Mond reden, der eben ganze Raumfahrzeuge bauen kann und Treibstoff herstellt, da reden wir wirklich von großen Industriekomplexen, von massiven Bergbau. Das sind Tausende, wenn nicht Zehntausende Personen, die dort beschäftigt sein müssen, plus eben das ganze Supportpersonal und die Familien vielleicht, die da mitkommen. Also da reden wir von Größenordnungen, die wirklich quasi darauf hinauslaufen, den Mond zu kolonisieren. Ist das realistisch? Wenn wir wollen, ja. Das ist meiner Meinung nach weniger eine technologische Frage, sondern eine politische Frage. Wenn sich genug Nationen zusammenfinden, sagen wir, wir wollen sowas bauen am Mond, längerfristig, Mondstationen, also das würde durchaus Sinn machen, allein schon als wissenschaftlicher Sinn. Aus wirtschaftlichem Sinn weiß ich nicht, Bergbau am Mond und Materialien zur Erde liefern. Das ist, glaube ich, nicht ganz zielführend. Bedenkt für jede Tonne Material, die ich vom Mond zur Erde transportieren will, brauche ich 800 Kilogramm Treibstoff, um den Transport zur bewerkstelligen. Also da stellt sich die Frage, ob das irgendwann einmal wirklich kostenteckend sein wird. Also das vermutlich günstige, irgendwelche Recyclingprogramme und verbesserte Bergbau-Methoden auf der Erde zu entwickeln. Es wird meistens immer noch kostengünstiger sein, als irgendwo am Mondberg zu betreiben. Also der Mond hat nichts, was wir so dringend brauchen, dass irgendwann jemand sagen wird, wir müssen jetzt auf den Mond und wir müssen dort etwas abbauen. Also derzeit wäre mir nichts bekannt, was jetzt am Mond wirklich so gravierend vorhanden wäre, was wir auf der Erde nicht haben. Da kommt dann mal die Antwort, ja, war das Helium-3, das wir für die Fusion brauchen? Das kommt am Mond sehr viel stärker vor, hier auf der Erde klarerweise, weil das direkt in die Mondoberfläche eingebettet wird vom Sonnenwind und auch so deswegen vorhanden ist. Nur dazu muss man erstmal Fusion beherrschen. Das ist immer noch weit weg. Da machen wir Fortschritte, aber das ist immer noch weit weg. Und selbst dann ist die Frage, ob das wirklich ein Helium-3-Prozess sein wird. Und auch dann müsste man schauen, also Helium-3-Gewinnung am Mond würde bedeuten, dass wir die ganze Mondoberfläche großflächig umgraben müssen. Und da widerspricht der Geophysik in mir, weil der Mond ist auch unser geologisches Archiv, der wirklich in die Entstehungszeit der Erde zurückgeht. Und das einfach mutwillig nur für Helium-3 abzubauen, würde ich etwas bedenklich finden. Ansonsten von irgendwelchen Metallen, seltenen Erden usw. gibt es alles hier auf der Erde. Und wie gesagt, ein Recyclingprogramm ist vermutlich immer noch kostendeckender, als dieser Mond abzubauen. Und wenn man von Weltallbergbau spricht, ist es wahrscheinlich zielführender, Asteroiden abzubauen. Wenn man schon raus muss, um irgendwelche Materialien abzubauen, sind Asteroiden wahrscheinlich auch bei längeren Anfahrtszeiten quasi immer noch leichter zugänglich für irgendwelche automatisierten Bergbaustationen als die Mondoberfläche selber. Und vom Asteroiden quasi ist es ja null Aufwand wieder abzuheben und zur Erde zurückzufliegen. Dann, wie gesagt, Reisezeiten sind vielleicht länger, aber das ist dadurch aufgewogen, dass man hier ja auch Zeit hat und der Energieaufwand vom Asteroiden wieder wegzufahren, ist doch deutlich geringer als vom Mond selber. Okay. Also wissenschaftlich ist ja interessant, dass mit dem Bergbau noch so eine Sache ist. Aber wir wollen ja auch zum Mars weiter. Ist das realistisch? Wann kann das möglich sein? Das ist jetzt schwierig zu argumentieren. Ich bin sehr dafür, dass wir irgendwann mal zum Mars fliegen. Aber rein aus wissenschaftlicher Sicht. Aus wissenschaftlicher Gründe. Ja, nicht nur das, sondern der Mensch ist immer eine Spezies gewesen, die gerne erforscht, die gerne an neue Gebiete reingeht. Sonst würden wir nicht die gesamte Erde von Nordpol bis zum Südpol unten quasi bewohnen. Also der Mensch hat immer schon versucht, neue Räume zu betreten. Das ist was, was uns technologisch und geistig, philosophisch weiterbringt. Und letztendlich so neue Welten, wissenschaftlich unbestritten natürlich, aber auch als Menschheit das Ziel zu haben. Wir wollen jetzt zum Mars und dort vielleicht eine Station aufbauen, die länger besiegelt ist. Das ist wahrscheinlich auch was, was man vielleicht anstreben könnte. Technologisch wird es gerade zum Mars noch ein bisschen dauern. Mond, wenn man sich zusammensetzt, könnte man innerhalb von zehn Jahren eine Mondstation realisieren, die zumindest semi-permanent besiegelbar ist. Aber wenn man sowas längerfristig und permanent besiegelt haben will, dann braucht man so wahrscheinlich so einen Entwicklungszeitraum von 20 bis 30 Jahren, bis die Station wirklich fertig aufgebaut wurde. Aber das war dabei, ISS ist ja auch so. Die ist ja auch nicht in einem Zug errichtet worden. Die ist ja auch über Jahre hinweg gewachsen. Und sowas ähnliches könnte man sich beim Mond auch vorstellen, dass man hier mit einer Basisstation anfängt, die eben wirklich nur ganz klein ist, wo ein paar Astronauten dort sind, die dann vielleicht irgendwelche Roboter kontrollieren, die dann autonom oder semi-autonom die Station aufbauen. Das wird wahrscheinlich sehr viel mit autonomen Maschinen, Robotern geschehen. Da wird vermutlich dann auch KI eine Rolle spielen, dass die eben wirklich nicht nur dumm ferngesteuert werden müssen, sondern bis zu einem gewissen Grad auch selbstständig vielleicht Arbeiten durchführen können. Ich habe gesagt, das ist alles nach Entwicklungsaufwand, aber durchaus machbar. Mars ist etwas schwieriger, weil es eben hier auch technologisch noch viel autonomer sein muss. Mars ist viel weiter weg. Da kann man nicht schnell mal innerhalb von ein paar Tagen wieder hinfliegen und Sachen nachliefern, sondern das dauert dann immer sieben bis neun Monate, je nachdem, wie der Mars zur Erde gerade steht. Und das alle 26 Monate. Also hier hat man viel längere Zeiträume, die man einplanen muss. Und damit ist die Logistik viel schwieriger. Und ich glaube, Logistik ist das größte Problem bei solchen Stationen. Aber wenn man jetzt einfach nur hinfliegt und wieder zurückkommt, also hinfliegt, eine Umrundung macht bei Mars und wieder zurückkommt, ist das, also was sind da die Hürden? Ja, es ist auch die Flugdauer derzeit. Also wie gesagt, Mars steht nur alle 26 Monate sehr günstig. Das ist eben bedingt durch die Resonanzen zwischen den Bahnen von Erde und Mars, dass die eben nur alle 26 Monate gut stehen. Dass man mit der kürzesten Flugdauer, die eben zwischen sieben und neun Monate beträgt, mit derzeitigen Triebwerken. Und dann dauert es aber auch wieder eine Zeit am Mars, bis man wieder so ein Fenster erwischt, um zurückzukommen. Das heißt, einfach nur mal zum Mars hinfliegen und dann sofort wieder zurück, wird es auch nicht spielen. Es sei denn, man ist in der Lage, sehr viel Energie für die Triebwerke aufzuwenden und sehr viel Treibstoff mitzuhaben. Aber selbst dann ist die Flugdauer auch wieder um einiges länger. Und Strahlung oder diese Zeit, die man im Weltraum als Mensch in diesem Raumschiff verbringt, ist das allein gefährlich? Das ist wahrscheinlich das größte Problem, das die Astronauten derzeit haben. Also gegen Strahlung ist es schwer, sich abzuschirmen. Und da gibt es gewisse Konzepte, zum Beispiel, dass man das ganze Trink- und Brauchwasser, das man hat, an der Außenseite vom Raumschiff lagert, weil Wasser doch ein guter Strahlenschutz ist. Aber das bedingt natürlich auch, dass man extrem große Raumschiffe baut. Ja. Was meiner Meinung nach auch bedeutet, dass man so eine Mars-Sphäre im Orbit zusammenbauen muss, weil so große Elemente kann man nicht vom Boden aus starten, sondern das muss dann wirklich im Orbit zusammengebaut werden. Und dafür braucht es natürlich auch eine Infrastruktur. Und das würde dann wirklich so ein Shuttle sein, das hin und her fliegt wahrscheinlich, oder? Also, ich weiß nicht, wie alle der Film der Martianer gesehen haben, haben wir genau das Konzept verwirklicht. Also ein Shuttle-Raumschiff, das nur zwischen Erde und Mars hin und her pendelt. Und das ist meiner Meinung nach schon ein sehr realistisches Konzept. Abgesehen davon, wie man dann am Mars wirklich die Landung macht mit eigenen Raketen und so weiter, die dann zur Verfügung sein müssen, die vielleicht autonom hinfliegen müssen, damit sie zur Verfügung stehen. Oder ob der Shuttle-Team mitnimmt, das ist ein Konzept, das man sich dann wirklich durchrechnen muss. Wie gesagt, das ist technologisch alles in Reichweite. Die größten Probleme meiner Meinung nach gibt es wirklich einmal wirklich ausreichender Strahlenschutz. Und ein zweites Problem ist, Habitat für so lange Zeit autonom zu erhalten. Also sei es am Raumschiff selber, beziehungsweise dann auf der Mars-Oberfläche auch. Das haben wir derzeit hier selbst auf der Erde noch nicht geschafft. Also ohnehin wieder mal ein bisschen Nachschub zuzuführen. Und die ISS ist in dem Fall kein Beispiel, weil die kriegt ja praktisch jede zweite Woche einen Versorgungsflug. Also das ist kein autonomes System, sondern das wird wirklich vom Boden am Leben erhalten. Und ein Mars-Flug, der über mehrere Jahre hinweg geht, muss aber in der Lage sein, sich selbst zu erhalten. Was bis zu einem gewissen Grad auch für die Mondstation gilt. Aber wie gesagt, auch bei der Mondstation ist es viel leichter, die von der Erde aus zu versorgen. Wenige Tage ist man dort. Und wer wird zum Mars fliegen? Also wer wird das wollen oder für wen ist es sinnvoll, das zu tun? Also ich habe keinen Zweifel, dass es genug Freiwillige geben wird, die sich für so einen Mars-Flug bereit erklären. Ich bin ein Gegner von so Flügen, also Einwegflügen. Man sagt, man fliegt hin, er stirbt dort. Das halte ich für ethisch nicht ganz vertretbar. Also wenn, sollen wir alles daran setzen, dass wir Astronauten hinbekommen und auch gesund wieder zurück. Und da, glaube ich, wird es genug Leute geben, die sich freimellig melden für längere Besiedlungen. Das muss ich dann anschauen, wie das Konzept entwickelt wird. Und es gibt ja auch viele Filme, die dann noch weiter gehen, also die Menschen noch weiter bringen wollen als zum Mars. Ist das möglich? Also jetzt hat ja gerade eine Voyager-Sonde wieder was gesendet. Das war zwar Blödsinn, man weiß, sie ist jetzt offenbar wirklich kaputt. Aber das ist ja ein menschengemachtes Objekt oder das menschengemachte Objekt, das am weitesten weg ist. Wie weit werden wir Menschen uns entfernen können von unseren Planeten? Wenn man zurückschaut in der Vergangenheit, dann waren Seeleute durchaus bereit, für zwei Jahre von Europa bis nach Indien oder Asien generell mit dem Segelschiff zu fahren. Mit dem Bewusstsein, dass zwei Drittel der Besatzung wahrscheinlich sterben werden unterwegs. Einfach weil die Gewinnspanne für die Waren, die man zurückgebracht hat, so groß war, dass sich das für die Sponsoren zumindest gelohnt hat. Für weiter ins Sonnensystem rein, Voyager ist nur bedingt ein gutes Beispiel, weil das ist eine robotische Raumsonde, die ist jetzt 40 Jahre unterwegs. Also alles, was ein paar Monate Flugzeit überschreitet oder vielleicht ein, zwei Jahre, ist wahrscheinlich für Menschen schwierig, gerade auf so einem beengten Raum. Und das bedeutet aber, dass wir mit den derzeitigen Antriebsmöglichkeiten, also für so große Raumschiffe haben wir derzeit nur chemische Antriebe. Für kleinere robotische Sonden gibt es mittlerweile auch die ganzen Ionenantriebe. Aber die haben sehr wenig Schub und das funktioniert deswegen, wenn die Raumschiffe sehr klein sind. Aber die haben natürlich ein Potenzial, viel besser als chemische Antriebe, nur das ist halt für ganz große Raumschiffe, die man braucht für bemannte Missionen, derzeit noch nicht ganz umsetzbar. Und da würde man neue Antriebe brauchen. Da gibt es zwar Entwicklungskonzepte, die anscheinend schon seit 2018 im All sein sollten, aber immer noch nicht fertig sind. Und letztendlich läuft es darauf hinaus, dass diese ganzen Antriebe, ob die jetzt mit Plasma oder sonst irgendwie funktionieren, dass man ein Energieproblem hat. Also die Frage, ob wir tiefer ins Weltall vordringen können, ist alleine eine Energiefrage. Wenn man irgendeinen Reaktor hat, sei das jetzt Fission oder Fusionsreaktor hat, der wirklich zuverlässig über mehrere Jahre im Weltall funktioniert, wo man dann auch die Energie zur Verfügung hat, um entsprechende Antriebe zu betreiben, dann steht uns praktisch das ganze Sondersystem zur Verfügung. Das wäre dann das, wenn wer sagt, wir brauchen mehr Warp-Geschwindigkeit. Ja, Warp-Geschwindigkeit wird es nicht geben, aber man braucht nur so eine kurze Überschlagsrechnung machen. Wenn man ein Raumschiff hat, das jetzt mit einer Gravitationskonstante, mit einem G quasi beschleunigen könnte, dann könnte man innerhalb von 17 bis 20 Tagen einmal von 5 AU, also vom Jupiter, auf die andere Seite des Sondersystems auch wieder 5 AU, ja in 20 Tagen circa könnte man das machen. Das wäre ein netter Ausflug sozusagen. Also das ist durchaus kein Problem mehr, weil selbst jedes Frachtschiff, das jetzt von China nach Europa fährt, ist länger unterwegs wahrscheinlich. Und wenn man eine konstante Beschleunigung aufrechterhalten kann, ist das auch gesundheitlich für die Astronauten viel besser, weil sehr viele Effekte von der Schweridiosigkeit dann praktisch nicht mehr auftreten. Das heißt, dort geht man wie bei uns auf der Erde dann in dem Raumschiff? Man könnte sich quasi so bewegen wie auf der Erde. Also man kann ja genauso im Lift auch herumgehen. Und aus Energiespargründen könnte man wahrscheinlich das absenken, die Beschleunigung bis auf ein Drittel der Erdschwerkraft. Das wäre immer noch gut verträglich für Astronauten für längere Zeiten. Verlängert sich natürlich die Flugzeit wieder entsprechend, aber trotzdem wäre das immer noch im Bereich von Monaten, wo man quasi den größten Teil des Sonnensystems abdecken könnte. Aber da reden wir jetzt immer noch vom Sonnensystem. Wir werden jetzt nicht in eine andere Galaxie, wir werden jetzt nicht schnell mal zu Andromeda fliegen, dort vorbeischauen. Andromeda, das ist sowieso eine komplett andere Kategorie. Das ist eine Galaxie, außerhalb unserer eigenen Galaxie, das ist so weit weg. Ich glaube, derzeit wären wir immer noch froh, wenn wir zumindest den nächsten Stern erreichen könnten in vertretbaren Zeiten. Da gibt es ein mathematisches Konzept vom Herrn Alcubier, das ist ein mexikanischer Mathematiker gewesen. Das hat der Herr White so in den 2000er Jahren für die NASA nochmal weiterentwickelt. Also im Prinzip, das läuft schon auf Richtung Warp-Antrieb hinaus. Mathematisch wäre das rein theoretisch möglich. Das Problem ist, man braucht exotische Materie dazu. Und bei Alcubier war das ungefähr die gesamte Masse des Universums. Also was sozusagen auch das zu einem sehr theoretischen Konzept macht. Bei der Weiterausarbeitung vom Herrn White waren das immer noch 700 Kilogramm, um so eine Warp-Blase zu erstellen. Also man kann hier sozusagen mit, grob gesagt, mit Vibrationen das Raumschiff abtrennen. Also so wie beim echten Warp-Antrieb. Und man könnte diese geschlossene Blase dann mit Überlichtgeschwindigkeit zu einem Zielpunkt hin verschieben. Das ist zumindest das Konzept vom Herrn White. Aber wie gesagt, da gibt es ein paar Probleme. Erstens, man braucht ein paar hundert Kilogramm oder Tonnen von Antimaterie letztendlich. Und das wären ein paar hunderttausend Jahre der Jahresproduktion, die man derzeit herstellen könnte von Antimaterie. Der zweite Nachteil ist wahrscheinlich, dass die Strahlenbelastung innerhalb dieser Blase derzeit erst Granaten sofort töten würde. Beziehungsweise wenn man dort am Zielpunkt ankommt, gibt es dort auch sehr harte Strahlung, die quasi das Zielgebiet mit Strahlung rösten würde. Das sind auch lauter Nebeneffekte, die man vielleicht nicht haben möchte. Aber zumindest theoretische Konzepte gibt es dazu. Ob sich das jemals wirklich umsetzen lässt, das ist jetzt eine andere Frage. Aber selbst hier sind wir wieder beim Problem. Wo kommt die Energie her? Also wir haben heute darüber gesprochen, wie weit wir als Menschen überhaupt kommen. Also bemannte Raumfahrt-Crewed-Missions. Wir sind ja regelmäßig permanent im Erdorbit. Das funktioniert auch gut. Da gibt es zwei Raumstationen. Die bekannteste ist die ISS. Das nächste Ziel ist der Mond. Da geht es darum, eigentlich auch wieder Stärke zu zeigen und primär um ihn zu erforschen. Das mit dem Bergbau ist zwar immer was, was vorgeschoben wird, aber das ist noch nicht so, dass man sagt, das wird lukrativ sein gleich am Anfang, oder? Also das wird länger dauern, bis das lukrativ wird, da müssen wir unsere Vorräte hier sehr, sehr erschöpfen. Okay, und wenn man es durchrechnet, kommt man drauf, vom Mond zum Mars ist es energieintensiver als vom Erdorbit zum Mars. Also auch das ist eigentlich kein Argument für eine permanente Station im Mondorbit. Aber wir werden irgendwann zum Mars kommen, wir werden es schaffen, man ist da mehrere Monate unterwegs. Aber es gibt zumindest in absehbarer Zeit Lösungen für all die Hürden wie Strahlung, Zeit, die man dorthin braucht, Selbstversorgung, das alles ist irgendwann möglich. Ja, die Zeit ist derzeit noch sehr von Zukunftskonzepten abhängig, aber im Prinzip die anderen technischen Lösungen sind zumindest in Reichweite. Okay, aber wenn es dann darum geht, unser Sonnensystem zu verlassen oder zu Jupiter zum Beispiel zu fliegen, der ja immer noch im Sonnensystem ist, aber auch schon sehr weit weg, da wird es dann schon kritisch, weil wir haben nicht die Antriebe dazu. Jetzt eine Rakete, die wird mit chemischen Prozessen betrieben, das reicht nicht aus, um schnell sich durchs Sonnensystem zu bewegen. Also klassische chemische Antriebe haben nicht genug Energie, um uns dorthin zu bringen und auch die Treibstoffmöglichkeiten, die man brauchen würde, für sowas könnte man nicht mehr bauen. Okay, und es wird dann auch schwierig, die Astronautinnen und Astronauten dort drinnen überhaupt zu versorgen, dass die dann in einer Art eigenen Welt über Jahre hinweg leben, das ist eigentlich nicht realistisch, oder? Das ist, glaube ich, eines der schwierigsten Konzepte, die man derzeit umsetzen müsste, so Langzeitstabilität von Habitaten. Das versuchen wir gerade auf der Erde zu demonstrieren, das wir vielleicht auch hier nicht können. Und das ist eine der technologischen Hürden, die man auf jeden Fall überwinden muss, wenn man so lange Entfernungen in Betracht zieht. Genau, und die Warp-Geschwindigkeit, die kennen wir aus Film und Fernsehen, aber es gibt sie nicht, aber sie lässt sich berechnen, mehr oder weniger. Es gibt theoretische Konzepte, die sowas rein theoretisch erlauben würden. Ich meine, das ist ja auch schon zurückgehend auf Einstein, wenn man die Relativitätstheorien anschaut. Es ist nicht ganz verboten, aber was physikalisch möglich ist, muss nicht immer technisch umsetzbar sein. Okay, gute Schlussworte für das Thema bemannte Raumfahrt, Crewed Missions durchs All. Danke für den Besuch auf der Kupener Sternwarte. Ja, danke für die Einladung.